Er wurde nur 28, Schauspieler Joey Morgan ist tot. Joey Morgan wurde durch seine Rolle im Film Scout vs. Zombies von 2015 berühmt. Jetzt ist der Jung-Schauspieler aus noch unbekannten Größen verstorben. Noch vor seinem 30. Lebensjahr starb Joey Morgan. Der US-Amerikaner wurde nur 28 Jahre alt. Seinen Tod gab Christopher London bekannt. Der Regisseur war federführend verantwortlich für den Film, den Morgan seine Bekanntheit verdankte. Scouts vs. Zombies, Handbuch zur Zombie-Apokablüpse. Der 46-Jährige bestätigte den Tod des Künstlers via Twitter. Joey Morgan trat vor fast neun Jahren in mein Leben, als ich Scouts drehte. Er war ruhig, lustig, intelligent und nachdenklich. Und als die Kameras liefen, hatte er eine große Ausstrahlung, schreibt Landon, unter ein Foto, das ihn zusammen mit Morgan und anderen Darstellern des Films zeigt. Er ist heute gestorben und diese Nachricht zerbricht mir das Herz. Teil der Filmemacher weiter mit. Er fühle sich geehrt, Morgan gekannt zu haben. Das war die Tum. Das war die Tum. Und das war die Tum. Aber ich vermute die Tum. Vielen Dank.